Wenn ich bis zum 15.11. keine Wohnung finde, dann komme ich in die Obdachlosigkeit und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass mir Finn weggenommen wird. Schwierig. Ich heiße Nico, bin 20 Jahre alt, wohne in Heilbronn in einer Vater-Mutter-Kind-Einrichtung und habe einen Sohn. Er ist 22 Monate alt. Mami. Alle? Super. Gib Check. Faust. Yeah. Bevor ich erfahren habe, dass ich Vater werde, wie sah mein Tagesablauf aus? Mit Freunden rausgehen, saufen, joint rauchen, so lauter solche Sachen, die man als Jugendlicher halt so macht. Oh mein Gott. Das war mein allererstes Foto, wo ich dachte, das sieht kill aus. Boah, 16, 16 rum war auf jeden Fall die Phase, wo ich gleichgegangen bin, ja. Genau, ich glaube, dieses Bild war ungefähr noch zu diesem Zeitraum, wo ich angefangen habe, Drogen zu nehmen oder zumindest kurz davor war. Ich habe bei meiner Ex-Freundin bei ihrer Familie mit im Haus gelegt gehabt, also in der Wohnung. War arbeitssuchend zu dem Zeitpunkt, hatte eigentlich auch geplant gehabt, zur Bundeswehr zu gehen. Es hat halt alles durch die Bahn geworfen auf einmal in diesem einen Moment. Sie hat halt einen Schwangerschaftstest gemacht, hat sie gemeint gehabt, ja, sie ist schwanger. Und dann bin ich natürlich erstmal aufgestanden, wollte durchatmen, bin auf dem Balkon und habe zwei Zigaretten geraucht. Wir sind halt unachtsam gewesen, würde ich jetzt mal sagen, haben halt ohne Verhütungsmittel Schlechtsverkehr gehabt. Und also ich stand jetzt nicht unbedingt positiv dazu. Ich wollte halt, dass meine Ex abtreibend tut. Ich war halt nicht bereit, dafür Vater zu werden. Meine Ex hatte auf jeden Fall die Einstellung, dass sie wirklich gegen Abtreibung ist, dass sie felsenfest davon überzeugt war, dass sie nicht abtreiben möchte. Es hat mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht. Ich bin bei den Untersuchungen dabei gewesen, ich habe sie begleitet, ich habe Ultraschallbilder gesehen. Und mit der Zeit habe ich halt immer mehr und mehr gewollt, dass er auf die Welt kommt. Ich habe mir Namen überlegt, wie er wohl aussehen wird, ob er viele Haare auf dem Kopf hat oder nicht, wie seine Augen aussehen. Und so die Vorstellung, allein schon an sowas tut man sich eigentlich schon erfreuen, dass man Vater wird. So, Finn, zeig denen mal dein Reich. Auf geht's, ab zu den Spielsachen. Im Prinzip, das hier ist Finn sein Bereich, in dem er schläft und spielt. Ist ein Einzimmer-Dachgeschosswohnung, im Prinzip trennt uns nur dieser Vorhang. Mein Bereich, in dem ich mich aufhalte und schlafe. Mit Privatsphäre ist jetzt nicht unbedingt so, aber ich komme damit relativ gut zurecht. So, Finn, packen wir uns da was Sachen. Wir gehen ab. Normalerweise, mein Tag startet jetzt seit dem Corona-Krise ist, eigentlich so auf die halb neun, neun. Ganz normal frühstücken und dann je nachdem Einkäufe erledigen, Behördengänge, einen Spaziergang mit Finn, kochen, Mittagessen, Mittagsschlaf und dann, was der Tag halt noch so bietet. Also, mein kompletter Tagesablauf dreht sich eigentlich komplett um Finn. Jetzt gehen wir ab da! Ab da! Auf geht's! Ich bin jetzt hier grad schon wieder am scrollen, weil ich weiter suche. Ich hatte vor kurzem mit dem Jugendamt ein Gespräch und da wurde jetzt halt festgestellt, da ich das ja mit dem Kleinen so gut alleine hinbekomme, sozusagen mir schon zugetraut wird, dass ich es allein mit meinen eigenen vier Wänden schaffe. Also, mein Suchprofil begrenzt sich auf zwei bis zweieinhalb Zimmer, da ich ja bis zu 65 Quadratmeter haben darf, damit es am Amt finanziert wird. Und hier in Heilbronn ist es leider ein bisschen schwierig, da das hier das meiste hier nur an Studenten vergeben wird und es überwiegend nur Einzimmerwohnungen sind. Super! Wenn ich bis zum 15.11. keine Wohnung finde, dann komme ich in die Obdachlosigkeit und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass mir Finn weggenommen wird, je nachdem in was für einer Wohnsituation ich mich dann befinden würde. Wenn ich eine Notfallwohnung bekomme, die vielleicht ein Zimmer hat und so wenig Quadratmeter, niemand weiß, ob das Amt sagt, okay, hey, du kannst mit deinem Sohn darin leben oder ob die sagen, es ist kein guter Wohnraum für ihn, er kommt in eine Pflegefamilie. Dann war die ganze Zeit, die ich ja hier erlebt habe, ja schon irgendwo umsonst. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich das hier schaffe. Uh! Schwierig. Sehr schwierig. Also im Prinzip will ich natürlich alles für Finn sein, sowohl Mutter, Vater als auch bester Freund. Aber im Prinzip, wenn man alleinerziehend ist, muss man einem Kind die doppelte Liebe schenken, die doppelte Kraft, die ein Kind braucht, da einfach die Mutter nicht da ist. Also Freunde, chillen geht immer klar, wenn es natürlich dementsprechend funktioniert, jetzt wegen Corona. Klar, es gab schon Situationen, ich wurde gefragt, ob ich auf einen Geburtstag komme, wo ich dann auch sagen muss, nee, Leute, ist nicht drin, ihr wisst, ich habe ein Kind. Wo sie dann sagen, ja, hey, kannst du Finn mal abgeben, vielleicht mal für drei, vier Stunden, wenn überhaupt. Und dann muss ich halt auch immer verzichten und darauf sagen, hey Leute, für mich ist das alles zweitrangig geworden, es geht nicht. Und das hat man halt zu akzeptieren. Die Geburt war eigentlich relativ lustig und ich war total verpeilt, zu mir hieß es, Herr Peine, wollen Sie die Nabelschnur durchschneiden? Und erst mal habe ich nicht realisiert. Dann haben sie mich nochmal gefragt und mir einfach so die Schere in die Hand gedrückt. Und ich dachte so, hey was, hey, ich bin gerade überfordert. In dem Moment habe ich halt alles um mich drum herum so vergessen. Ich meine, ich hatte ihn eine ganze komplette Stunde auf den Arm, meine Ex hat sich ausgeruht gehabt. Und ich bin da halt wirklich die ganze Zeit durch den Raum gelaufen, dann habe ich mal einmal aufgehört, von ihm wegzuschauen, weil er sah halt schon so aus wie ich, bloß in Mini, so richtig süß. Und ja, man kann es einfach nicht mit Worten beschreiben. Das Jugendamt hat entschieden, dass meine Ex in eine Mutter-Vater-Kind-Einrichtung ziehen muss, da das Jugendamt ihr die Mutterrolle nicht zutraut und sie sich halt erst mal beweisen muss, dass sie es schafft, alleine in vier Wänden zu leben mit einem Kind. Das Jugendamt hat halt erfahren, dass wir Eltern werden und dann hieß es halt, hey, okay, pass auf, du musst in eine Einrichtung aufgrund vergangener Themen beziehungsweise Auseinandersetzungen mit dem Jugendamt. Nach zwei Wochen war ich dann halt in der Einrichtung bei ihr zu Besuch und dann hieß es natürlich, hey, von ihr auf einmal, ich schaffe das nicht, ich bin psychisch überfordert, mir geht es nicht gut, ich packe keine weitere Nacht, ich werde den Kleinen abgeben, ich schaffe das so nicht weiter. Und dann hat mich natürlich erst mal der Schlag getroffen, da habe ich gesagt, hey, ich lasse das nicht so auf mir sitzen, ich werde um den Kleinen kämpfen, ich möchte nicht, dass er in einer Pflegefamilie groß wird. Gefühlsmäßig will ich sowas nie wieder erleben. Das kann man keinem empfehlen, keinem Mutter, keinem Vater, keine werdende Familie. Ja, sowas tut einfach weh. Mein Verhältnis zu der Mutter von Finn ist eigentlich minimal. Wir unterhalten uns halt über das Allernötigste, was es gerade so gibt, wenn sie fragt, wie es ihm geht. Sie ist die Mutter, ich bin der Vater, wir sind getrennte Leute, aber wir sind immer noch die Eltern, die für Finn da sind. Also, nachdem der Kleine dann weg war, ist natürlich direkt durch meinen Kopf geschossen, nein, ich will das nicht, ich möchte auf jeden Fall, dass der Kleine bei mir ist. Warum mir das durch den Kopf geschossen ist, die Beziehung zu meinem eigenen leiblichen Vater ist in die Brüche gegangen. Das war auf jeden Fall noch zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater mit mir Zeit verbracht hat. Ich glaube, bei dem Bild war ich so um die zehn, elf, zwölf ungefähr. Ob ich zu diesem Zeitpunkt schon keinen Kontakt mehr mit meinem leiblichen Vater hatte, das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe auch schon sehr vieles aus dieser Zeit vergessen, was ich eigentlich auch relativ gut finde. Aufgrund dieser Erlebnisse habe ich halt diese Einstellung bekommen, dass ich ein guter Vater sein will, ich will für mein Kind da sein, ich will so für mein Kind da sein, wie mein Vater nicht für mich da war. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, gut, da keine andere Wahl bleibt, ich werde um ihn kämpfen. Ich habe Druck beim Jugendamt gemacht, ich habe einfach darum gekämpft, dass es nach meinem Willen so teilweise geht in eine eigene Wohnung. Von mir aus ein betreutes Wohnen, irgendwas, aber hauptsache in die eigenen vier Wände ohne groß drumherum. Wenn man einmal so ein Gedanke hat, das hält natürlich auch fest für die ganzen Wochen und Monate. Und das lässt einen auch die ganze Zeit wachrütteln, schlaflose Nächte hat man natürlich auch. Und sowas ist nicht einfach. Irgendwann hieß es dann natürlich auch, Herr Peine, hier, wir haben in Heilbronn eine Möglichkeit, eine Mutter-Vater-Kind-Einrichtung. Sie haben die Möglichkeit, um ihren Sohn zu kämpfen. Machen sie es gut, dürfen sie in eine eigene Wohnung ziehen, dann haben sie ihr Glück. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, da bin ich. Scheiße, wie geht es jetzt weiter? Wie wechselt man Windeln, hä? Was mache ich? Wie tue ich füttern? Wie tue ich ein Brei zubereiten? Was, wenn er auf einmal anfängt zu schreien? Und es ist am Anfang echt nicht gut gelaufen, das muss man schon sagen. Ich glaube, die ersten vier Nächte habe ich nicht geschlafen. Ich hatte die ersten zwei Wochen höllische Rückenschmerzen. Vor allem durfte ich ja in den ersten Wochen nicht zu meinem Freundeskreis und zu meiner Familie, da mir noch nicht zugetraut wurde, dass ich allein mit meinem Sohn irgendwie unterwegs sein kann. Aber im Hinterkopf habe ich gesagt gehabt, ey, nee, 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 du hörst damit nicht auf. Du machst damit weiter, du kämpfst darum. Du wolltest es unbedingt, also mach es auch. Und mit der Zeit hat man halt gemerkt, okay, Windelwechseln ist leichter, den Gestank kann man zum Beispiel besser ertragen. Oder die ersten zehn Minuten, wenn man merkt, das Kind schläft endlich ein, wo man denkt, nach zwei Wochen endlich mal das erste Mal. Also es sind echt solche Kleinigkeiten, wo man auf einmal wieder ein Lächeln ins Gesicht bekommt, und wo man denkt, okay, wow, es funktioniert endlich. Und ich habe natürlich auch die nötige Unterstützung dafür bekommen. Und wie glaubst du mit dem Schlafen? Schlafen einwandfrei. Er hat seine festen Schlafenszeiten mittags so von zwölf bis zwei ungefähr und dann abends ab die sieben ungefähr. Und da schläft er auch meistens eigentlich durch. Und dann schläfst du durch und hast den Papa in Ruhe, das ist aber super. Das ist aber klasse. Die Milge-Eltern, ganz alt, hätten sie nachts nicht ständig raus müssen. Also ich denke, der Nico kam hier an als Rohling, sage ich jetzt mal, als ich habe keine Ahnung und Baby, oh Gott, was mache ich mit dem? Und jetzt ist er einfach in dieser Rolle drin. Und da kann er wahnsinnig stolz auf sich sein, was er da geleistet hat in der Zeit. Hätte er auch schief gehen können, weiß man ja vorher nicht, ob man das packt oder nicht. Gut, und das andere Thema ist ja die Wohnungssuche. Da habe ich gehört, Sie haben eine Wohnung angeguckt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen Bilder zeigen. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ja, das wäre super, würde mich interessieren. Eigentlich muss man sagen, er darf ausziehen. Also es war toll, dass er es bis hierher so gut gemacht hat. Und eigentlich ist das ja eine Auszeichnung. Und oft ist eher schwierig, dass die alle ihre Ziele erreicht haben und dann keine Wohnung finden und dann nicht raus können bei uns und dann Frust entsteht. Mensch, das wäre ja klasse, ja. Ihr zwei in einer eigenen Wohnung. Genau. Dann hätte er das geschafft. Das wäre natürlich super. Klasse. Das war ein paar Wochen, bevor ich Vater geworden bin. Noch so jung. Mein altes Ich hat immer quer durch den Tag gelebt, gefeiert, mit Freunden rausgegangen, Drogen konsumiert. Bogen dem klar rate ich jedem von ab. Will man nicht, sollte man nicht. Und ja, mein aktuelles Ich, ich meine, was mache ich heute? Ich sitze mit meinem Kind zu Hause, ich kümmere mich um ihn, ich bin total verantwortungsbewusst. Versuche ihn großzuziehen, ihn glücklich zu machen, dass ich ihn jeden Tag auch lachen sehen kann. Und das sind halt alles Sachen, die ich mir auf jeden Fall irgendwie mit meinem alten Leben nicht vorstellen hätte können. Guck mal. Also Besichtigung hatte ich bisher so um die sechs, sieben Stück. Und dann hieß es natürlich bei manchen zum Beispiel im Nachhinein, nein, wir haben einen anderen Interessenten ausgewählt. Oder bei einer anderen, wo ich eigentlich schon ziemlich sicher die Wohnung hatte, hieß es dann, ja, Herr Peine, leider gibt es einen Tiefgaragen-Stellplatz, der mitgemietet werden muss. Die Galtmiete liegt bei 600 Euro. Die Wohnung ist auf jeden Fall schön. Ja. Und dem Kleinen gefällt die Küche sogar sehr, sehr gut. Ja? Ja. Ich wohne in einer Mutter-Vater-Kind-Einrichtung in Halbronn-Zentral. Und ich habe eine Frist bis zum 15.11. Wenn ich bis dahin keine Wohnung gefunden habe, bin ich obdachlos. Okay. Genau, und das ist jetzt der ganze Haken und deswegen suche ich händeringend. Also als alleinerziehender Vater muss man schon sagen, es ist ein bisschen schwierig grad, weil die meisten Leute irgendwie jemanden suchen, der ein festes Einkommen hat. Zumindest meinen Erfahrungen nach. Von dem her ist es also echt nicht so einfach. Wobei ich aber glaube, allgemein alle Alleinerziehenden haben so ein Problem. Jaaaa! 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 Mein Wunsch ist auf jeden Fall, dass wir zusammen in eine Wohnung ziehen, dass wir uns gemeinsam eine Zukunft aufbauen und ich ihm etwas bieten kann. Das ist auf jeden Fall das, was ich erreichen möchte. Also ich bin sehr zuversichtlich, weil er so ein bisschen in sich ruht auch und so ein ganz gelassener und irgendwie, wenn man das jetzt von Neudeutsch sagt, so gechillter Typisch. Also ich glaube einfach, der schafft das. Der hat die Energie und die positive Power auch und sein Sohn ist einfach auch ein absoluter Sonnenschein. Klar, es wird eine Herausforderung und man kann niemals sagen, was genau auf einen zukommt. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich das auf jeden Fall versuchen werde. Es sollte nichts unversucht bleiben. Es reicht mir schon, wenn ich Finn jeden Tag Putzmunters sehe. Ganz einfach. Er gibt mir eigentlich das, was mir sonst keiner geben kann. Hi, ich bin Frank von Die Frage und ich finde es ehrlich gesagt eine krasse Vorstellung, mit 18 schon Vater zu werden. Cool, dass Nico das so hinkriegt. Ich habe mich auch mal auf meinem Kanal mit dem Thema beschäftigt. Bin ich bereit für ein Kind? Unter anderem habe ich mir dafür einen Baby-Simulator ausgeliehen. Zur kompletten Reihe kommt ihr hier und hier unten gibt es mehr von TrueDoku.